Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Heider, ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkturin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute möchte ich mal zwischendurch ein anderes Thema aufgreifen, da es für mich einfach so wichtig ist. Und ich glaube, dass viele, viele, viele Leute, Reiter, Menschen, Pferdebesitzer überhaupt nicht wissen, was Stress mit dem Körper ihres Pferdes macht. Das ist nämlich das Thema, worüber ich sprechen möchte. Das habe ich schon seit Tagen im Kopf und habe gedacht, Mensch, da musst du doch nochmal näher drauf eingehen, weil sich Stress ganz, ganz vielfältig zeigt. Ganz oft natürlich auch in Verhaltensauffälligkeiten. Wir haben Pferde, die Stress bzw. Angst haben und zeigen das auch beim Training, wenn sie in der Reithalle sind, wenn ihnen andere Pferde entgegenkommen oder ein Unbehagen in der Box oder ein Unbehagen. Viele Pferde sind introvertiert. Das heißt, sie zeigen es nicht nach außen, sondern haben still im Inneren richtig Stress mit gewissen Situationen, mit verschiedenen Situationen. Dann hast du natürlich die explosiven Pferde, die zeigen es im Außen, wenn sie Stress mit irgendwas haben. Das ist dann bis zu einem gewissen Punkt geht es noch und dann explodieren sie einfach, weil es zu viel ist. Und Stress ist so vielfältig. Wir haben Pferde, die koppen. Das ist eine Kompensation von Stress. Wir haben Pferde, die weben in der Box. Das ist auch eine Kompensation von Stress. Wir haben nicht umsonst so viele Pferde draußen, die an Magengeschwüren leiden, die Kotwasser haben und die muskulär einfach massivst angespannt sind. Das gehört halt alles zusammen. Und Stress machen zum Beispiel oder Schmerzen verursachen ebenso Stress. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir dein Pferd immer wieder regelmäßig anguckst. Ich habe mir gedacht, ich habe auf dem Pferdegesundheitskongress einen großen Vortrag darüber gehalten, was Stress mit dem Körper deines Pferdes macht. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer drauf eingehen und dir so einige Teile daraus mal näher bringen in diesem Podcast. Wenn wir zurückgucken, was das Pferd im Ursprung ist, dann ist es nicht mehr das, wofür wir es heute nutzen. Das Pferd ist ein Fluchttier und das steckt immer noch im Pferd. Das Pferd muss in der Lage sein, innerhalb von Millisekunden von jetzt auf gleich in die Flucht gehen zu können. Es ist ganz wichtig, wenn das Pferd eine Stresssituation wittert oder wenn das Pferd eine Gefahr wittert, dass es unmittelbar in diesem Moment losschießen kann und weglaufen kann. Was genau setzt den Körper deines Pferdes in Alarmbereitschaft? Das geschieht über die Sinneswahrnehmungen aus der Umwelt, zum Beispiel über das Hören oder über das Sehen oder natürlich auch über das Riechen. Sie haben einen sehr, sehr, sehr gut ausgebildeten Geruchssinn im Gegensatz zu uns Menschen und können wirklich im Vorfeld, also da hast du noch gar nicht den Ansatz gefunden, dass irgendwie eine Gefahr droht, dann hat das Pferd es aber schon verstanden. Diese Sinnesreize werden über verschiedene Stationen bearbeitet. Eine Region davon ist natürlich das Gehirn. Die Reizweiterleitung erfolgt an den sogenannten Mandelkern, das ist die Amygdala. Und die Amygdala ist eine bestimmte Region im Gehirn, wo auch das Angstzentrum sitzt. Von hier aus schickt die Amygdala ihre Signale weiter an den Hypothalamus. Der Hypothalamus ist ein kleiner Abschnitt im Bereich des Zwischenhirns. Und das ist das Steuerungszentrum für hormonelle und vegetative Prozesse innerhalb des Körpers deines Pferdes. Und dann geht es weiter, weil von hier aus werden die Signale an die Nebenniere gesendet. Die Nebenniere ist auch wieder für den Bereich Hormone zuständig. Sie regelt nämlich Adrenalin und No-Adrenalin. Und je nachdem in einer Stresssituation werden diese Hormone ausgeschüttet und über das Blutsystem, über die Blutbahnen in den Körper geleitet. Adrenalin und No-Adrenalin sind Stresshormone und machen ganz viele Dinge mit dem Körper deines Pferdes. In dem Moment, wo Adrenalin und No-Adrenalin in die Blutbahn gelangt, steigt der Herzschlag deines Pferdes an, der Blutdruck steigt an, die Atemwege weiten sich, mehr Blut wird in die Muskulatur gepumpt, die Pupillen weiten sich, das Pferd fängt an zu schwitzen. Und was ganz wichtig ist, die Magen- und Darmtätigkeit wird herabgesetzt. Na, klingelt es da jetzt schon bei dem einen oder anderen? Die Magen- und Darmtätigkeit wird herabgesetzt bei Stresssituationen. Warum das so ist? Es gibt die sogenannte Fight-or-Flight-Situation. Das heißt, entweder ich gehe in den Kampf oder ich nehme die Flucht an. Wenn ich in den Kampf gehe oder in die Flucht, brauche ich diese Körperfunktion jetzt sofort. Und das Pferd ist darauf angewiesen, dass halt alles mitarbeitet im Körper. Und wenn diese Stresssituation vorbei ist, reguliert sich das System und das Pferd kann wieder ganz entspannt auf der Wiese stehen oder im Stall oder wo auch immer. Wenn dein Pferd allerdings Dauerstress hat, und Stress heißt auch irgendwo im Körper Schmerzen. Stress kann auch sein, dass wir, wir haben ja ganz viele Pferde mit der PSM-2-Symptomatik. Das ist auch Stress. Das ist jetzt nicht emotionaler Stress, aber das ist Stress für den Körper. Der Körper ist nicht mehr eigens in der Lage, zu hundertprozentig zu funktionieren. Schmerzen, ganz schlimm. Ja, alle, die Schmerzpatienten kennen oder im menschlichen Bereich, im menschlichen Miteinanderbereich, jemanden haben, der dauerhaft Schmerzen hat, der dauerhaft zum Beispiel Rückenschmerzen hat oder sowas. Diese Menschen haben irgendwann eine Wesensveränderung. Und so ist das bei deinem Pferd auch. Und die Körperprozesse, wenn das Pferd dauerhaft Stress hat, haben natürlich Folgen für den Körper. Sie versuchen zum Beispiel, wie gesagt, zu koppen, um auszugleichen oder das Weben, um auszugleichen. Und du siehst den Pferden das auch an. Pferde mit Stress innerhalb ihres Körpers, sowohl mental, emotional als auch auf körperlicher Ebene, denen siehst du das im Gesicht an. Ja, musst du mal angucken, die Pferde. Die haben so ein, ich kann das schlecht beschreiben, aber das Gesicht sieht aus, als wenn es so verhärtet wäre in sich. Und da ja alles im Körper zusammenarbeitet, kommt es langfristig gesehen bei so einer Daueranspannung, wie zum Beispiel dieser PSM2-Geschichte, zu neuromuskulären Veränderungen. Die neuromuskuläre Struktur verändert sich. Das heißt neurologisch, also alles, was mit Nerven, Nervenreiz, Weiterleitung, Nervenbahnen zu tun hat, aber auch der muskuläre Zustand und natürlich auch das fasziale Gewebe. Es verändert sich alles, das wird fest, das wird, ja, fühlt sich total gespannt innerhalb des Körpers an und somit verändern sich auch Bewegungsabläufe und dein Pferd gerät öfters in den Bereich, dass es Blockaden hat. Es ist halt nicht mehr dynamisch, der ganze Körper funktioniert halt nicht mehr so, wie er funktionieren sollte. Wir haben ja schon gelernt haben in anderen Podcasts von mir, dass das eine sich durch das andere bedingt. Es ist natürlich auch so, wenn das neurologische System überbelastet ist, in Anführungsstrichen, durch diesen Dauerstress, auch natürlich irgendwann das fasziale System hinterherkommt. Und das fasziale System, die Faszien, umschließen ja alle Organe. So ist es langfristig gesehen auch so, dass wir im Bereich des gesamten Organsystems, also die Verdauung, die Atmung, die Ausscheidungsorgane und auch alle Stoffwechselprobleme oder Stoffwechselprozesse innerhalb des Körpers geschädigt haben. Also es hat immer auch Folgeschäden, die es mit sich bringt, wenn dein Pferd dauerhaft im Stress ist. Stressauslöser können sein, wie gesagt, Schmerzen, dauerhafte Schmerzen. Es kann aber auch sein, dass dein Pferd mit seinem Boxennachbar nicht klarkommt. Es kann aber auch sein, dass dein Pferd im Offenstall ist und gar nicht mit dieser Offenstallsituation klarkommt, weil das Pferd nicht zur Ruhe findet. Es kann sein, dass dein Pferd Stress hat, weil es total überbelastet ist. Jedes Wochenende aufs Turnier, immer wieder Hochleistung, vielleicht, keine Ahnung, bist du ein sehr hektisch stressiger Mensch und verlangst einfach viel zu viel von deinem Pferd. Überforderung kann Stress sein, Unterforderung kann auch Stress sein. Also es gibt so viele Parameter, die bei deinem Pferd Stress auslösen. Wichtig ist, dass du dir dein Pferd anguckst und es mal anschaust und es auf dich wirken lässt. Gewalteinwirkung haben wir immer noch, dass Menschen nicht nett mit Pferden umgehen. Das macht emotionalen Stress, das macht aber auch auf körperlicher Ebene Stress. Dann haben wir das zu früh absetzen. Ganz viele Themen, auch über das Emotional Leasing habe ich, die durch das zu früh, zu schnelle Absetzen kommen. Geburtstraumata. Wenn ein Pferd zu schnell oder ein Fohlen zu schnell auf die Welt kommt oder wenn der Geburtsprozess sehr lange gedauert hat. Das ist Stress für den Körper. Keine Sozialisierung innerhalb der Herde, dass nicht im Herdenverband aufwachsen können. Es gibt ja Leute, die haben ein Fohlen zu Hause. Das ist Stress für das Fohlen, weil es nicht gleichaltrige Partner um sich herum hat. Es kann sich nicht messen, es kann nicht spielen, es kann nicht toben, so wie es eigentlich sein sollte. Man nimmt ihnen so ein bisschen diese Kinderzeit, auch wenn sie viel zu früh ins Training geschickt werden. Wenn ich höre, dass die Pferde teilweise mit zwei, zweieinhalb schon ins Training gehen. Das ist viel zu früh. Die sind noch gar nicht im Reifeprozess so weit, dass sie mental stark genug sind, den Anforderungen zu entsprechen. Das sind doch noch Kinder. Und das führt zu Stress auch auf körperlicher Ebene. Ja, Wachstumsfugen nicht geschlossen. Wie gesagt, das neuromuskuläre System ist total überreizt und, und, und. Das macht etwas mit deinem Pferd. Negative Emotionen wie Trauer, Angst, Frustration, Hilflosigkeit, Überfordertsein, Sorge, Nervosität, Kraftlosigkeit, Schwäche. Das sind alles Emotionen, die sich aus gewissen Situationen entwickeln. Und die machen auch etwas mit dem Körper deines Pferdes. Die Emotionen werden in der traditionellen chinesischen Medizin den Organen bzw. den Organsystemen zugeordnet. Wenn du zum Beispiel eine Trauer hast, weil dein Pferd vielleicht seinen besten Kumpel verloren hat oder jemand aus dem Stall ausgezogen ist und die Gegend oder den Stall gewechselt hat und dein Pferd aber um die Freundschaft, um den Partner trauert, dann ist es so, dass du davon ausgehen kannst, also für eine Zeit X ist das völlig okay, es ist völlig normal, Emotionen zu durchleben und das gehört auch dazu. Das ist absolut richtig und wichtig. Aber wenn die nicht rauskommen aus dieser Schleife, dann kann es sein, dass sich diese negative Emotion im Unterbewusstsein festsetzt. Und dort treibt sie ihr Unwesen. Trauer wird dem Bereich der Lunge zugesprochen. Und die Lunge bzw. wir haben unzählige Pferde mit Atemwegserkrankungen. Die Sorge wird dem Bereich des Magens zugesprochen. Wir haben unzählige Pferde im Bereich Magengeschwüre. Stress ist ungesund, auch für uns Menschen. Es ist nicht gesund, den Körper in einer Dauerstress-Situation zu halten. Auch für alle Workaholiker da draußen. Es ist nicht gesund, permanent in diesem Stress zu sein. Und unsere Pferde müssen auch aus diesem Stress raus. Strom, hier diese ganzen Überleitungen zum Beispiel in den Stallungen oder ständig diesem WLAN ausgesetzt sein. Das sind alle Situationen, die Stress auf den Körper bringen können. Das elektromagnetische Feld wird gesteilt. Das ist so ein Riesenthema, ich sage es euch. Und das macht was mit dem Körper eures Pferdes. Ich möchte euch nochmal ein Beispiel geben, auch in Bezug auf die negativen Emotionen. Der Bereich Wut und Zorn, den kennen wir ja, den kennen wir alle. Dass wir mal wütend sind, dass wir mal zornig sind, dass wir, was weiß ich, schreien können vor Wut. Wir können das rauslassen. Und eigentlich können wir uns auch da ganz gut wieder rausholen. Ja, du kannst in den Wald gehen, kannst schreien, kannst einen Kopfstand, Handstand, einen Ratschlag, Überschlag machen, was weiß ich. Solange du keinen verletzt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber dein Pferd, du schlägst das natürlich auch. Vielleicht, weil es dran serviert wird vom Puttermeister. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder die Frustration. Das ist auch nochmal ein Riesenthema. Frustration bei uns Menschen, aber auch bei uns Pferden. Bei den Pferden ist es ein Riesenthema, das frustriert sein. Die Frustration, Wut, Ärger, Zorn, die Bestürzung, Groll, Unmut, Hass, Bitterkeit wird der Leber zugeschrieben. Die Leber, wenn sie in einer Dauerüberbelastung ist, durch diese negativen Emotionen oder durch schlechte Fütterung zum Beispiel, oder durch Dinge wie Medikamente oder, 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 keine Ahnung, sie ist halt überbelastet, kann das den Bereich der Muskeln, Sehnen, Bänder, Augen und Hufe stören. Das heißt, die Leber ist dafür zuständig, dass diese Bereiche funktionieren. Und wenn die Leber überbelastet ist, kann sie nicht dafür sorgen, dass die Bereiche vernünftig arbeiten. Hufe. Wie viele Pferde haben wir mit Hufproblemen? Die Leber ist ein Stoffwechselorgan. Und wir haben so viele Pferde mit Stoffwechselstörungen draußen. Also das muss man einfach mal zusammenpacken, glaube ich. Und das muss man einfach mal, ja, vielleicht auch sacken lassen in diesem Moment. Nehmen wir mal die Niere. Die Niere steht für den Bereich Angst. Die Niere ist bei den Pferden im Lendenwirbelbereich. Das heißt, wenn du dauerhaft Stress oben im Lendenwirbelbereich hast, Organe, neurologisches System, fasziales Gewebe, hast du im Fortlaufenden natürlich auch irgendwann die Niere involviert. Oder wenn du permanent Angst hast, geht es von der Niere rückschließend in den Bereich der Lendenwirbelsäule. Und, ganz wichtig, in dem Bereich der Niere befindet sich das Ski. Das Ski ist die Lebensenergie, die wir alle mit auf den Weg bekommen, sobald die Eizelle quasi befruchtet worden ist. Das Ski ist deine Lebensenergie, die du zur Verfügung hast in wie viel Prozent auch immer, ja. Und das Ski wird gemindert durch Stress. Durch Stresssituationen, durch Angst, durch schlechte Ernährung und, und, und. Wir haben die Niere, die versorgt den Urogenitaltrakt, die versorgt den Bereich Pflanzen, äh, Fortpflanzung, nicht Pflanzen, Fortpflanzung, Entschuldigung. Alles, was knöcherner Struktur ist, die Gelenke, die Zähne und man spricht ja auch dem Bereich der chronischen Atemwegserkrankungen zu. Alle, alle Funktionsstörungen innerhalb der Niere und der Blase führen, beziehungsweise der Niere, die ist auch deinem Ausscheidungsorgan, führen zu Stoffwechselproblemen. Wie viele Pferde haben wir mit Arthrose? Und wie viele Pferde haben wir im Bereich der Atemwegserkrankungen? Also ich finde, das muss man sich auch echt mal, äh, oder dessen muss man sich einfach mal bewusst werden. Wir haben den Körper, den Geist und die Seele. Und das zusammen bildet eine Einheit. Und wenn du Dauerstress hast, so wie zum Beispiel dauerhaft Angst, oder der Körper wird dauerhaft in Angst gebracht, dadurch, dass man nicht vernünftig mit deinem, oder mit dem Pferd umgeht, weil es irgendwie, keine Ahnung, auch im Herdenverband Angst hat vor irgendwem, im Herdenchef oder was weiß ich was, also es muss ja nicht immer Mensch zum Tier sein. Aber es ist ganz wichtig, dein Pferd aus dieser Stresssituation herauszuholen. Und ich will es jetzt schon wieder gar nicht so lang machen, ich könnte natürlich noch eine Stunde darüber referieren, erzählen, wie auch immer. Wichtig ist zu erkennen, dass dein Pferd Stress hat. Und wenn jemand wie ich sich dein Pferd anguckt, also ich arbeite ja auf ganzheitlicher Ebene, das heißt, ich gucke mir natürlich auch alle Parameter des Seins deines Tieres an, ist es für mich auch wichtig, darauf hinzuweisen, dein Pferd hat massiv Stress. Da musst du was dran tun. Weil nur dann kannst du auch Höchstleistung von deinem Pferd erbringen. Und wie gesagt, die körperlichen Symptome lassen ganz oft nach, wenn man das Pferd aus so einer Dauerstressschleife herausholt. In diesem Sinne, wenn du Fragen zu dem Thema hast, darfst du mich sehr gerne ansprechen. Also ich arbeite ja über das Emotion Releasing, das ist diese negative Emotionen aus dem Unterbewusstsein lösen, um die Selbstheilungskräfte des Körpers deines Pferdes zu aktivieren, auch für Menschen, wenn die Frage mal hier im Raum steht, ja, für beides. Oftmals ist es auch wichtig, beide Parameter zu machen oder beides zu machen, also den Menschen und sein Pferd. Weil ganz oft auch die Dinge übertragen werden. In diesem Sinne, fragt mich gerne, sprecht mich an. Wenn es euch interessiert, dann gebe ich euch gerne Rückmeldungen zu diesem Thema. Ansonsten würde ich jetzt mal abschließend, schon wieder 20 Minuten geredet, aber so ist es halt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Sandra.